Wollen Sie sich aufregen? Warum ist das alles auf Kamera? Ja, weil Schäfer nicht kämpfen kann. Er würde es auch sagen. Potute! Meint ihr das gerade ernst? Ihr verarscht mich gerade. Ey, macht mir diese Kameras gerade weg. Ihr verarscht mich gerade. Ich habe auch gesagt, das ist ein Witz, oder? Aber nein, der wird nicht kämpfen. Der Druck ist ihm zu viel. Und ich habe gesagt, ich sage es. Ja, der hat Angst. Ganz einfach, der hat Angst. Ich bin gerade komplett nass geschnitten. Mach ich auch. Ja, der ist ein Feigling. Weil der hat schon krass die Show gemacht. Ich war eigentlich immer ruhig. Ich habe zwar dann Mann gegen Mann ein bisschen Show gemacht. Aber sonst war ich eigentlich sehr ruhig. Die haben ihre Videos so zusammengeschnitten, dass ich nicht der Ernste bin. Auch wenn ich der Ernst bin. Was soll ich hier sagen? Feigling. Ich bin gerade baff. Auf meine... Keine Ahnung, wie sagt man... Auf meinem Slang hätte ich ganz andere Sachen jetzt gesagt. Ja. 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 Ja.